hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf als podcast beziehungsweise auf youtube zum thema wie werde ich im internet sichtbar heute geht es ganz speziell darum und zwar welche social media plattformen soll ich verwenden und ja die antwort ist ganz einfach am besten alle und zwar alle die für dich und dein unternehmen sinn machen und vor allem ganz wichtig die auch freude bereiten probiere eine plattform nach der anderen um die decke dabei welche für dich zielführend sind es kann auch sein dass du eine top reichweite erreichst allerdings keine umsätze damit erzielst dann entscheide für dich selbst ob du auf spaß weitermachst oder deinen fokus auf eine andere möglichkeit setzt oder deinen inhalt änderst interessiere dich auch für storytelling und copywriting macht ihr bitte keinen stress mit machen müssen du musst absolut nichts du musst machen oder du kannst machen social media bedeutet auch in erster linie sozial mit anderen menschen zu kommunizieren hast du keinen persönlichen bezug zu einer plattform oder hast du schon frust bevor du etwas postest überlegt ihr überträgt sich das noch mal von vorn hast du schon einen frust bevor du eine plattform verwendest ja überlegt ihr bitte auch oder bedenke auch dass sich dieser frust auch in dieser plattform überträgt und auch an deine community überträgt ansonsten start before you're ready schritt für schritt möglichst alle plattformen zu bedienen ist kaum möglich viele plattformen zu befüllen wird gerade als einzelkämpfer mühsam schließlich sollst du ja mit deiner unternehmung geld verdienen und social media marketing soll dafür währung sein statt ja deine haupttätigkeit das ist kein fulltime job wenn du es dir leisten kannst natürlich dann ist das definitiv für einige leute ein volltime job einzelkämpfer hat spaß unterscheidet bitte auch und das ist jetzt meiner meinung nach ganz wichtig zwischen kurzfristigen und langfristigen inhalt youtube videos und blog beiträge werden nach zwei jahren oder noch drei vier fünf jahren noch aufgerufen im gegensatz dazu sind instagram stories schon nach 24 stunden einfach weg um deinen inhalt gerade am anfang sinnvoll einzusetzen zeige ich dir einfach ein paar möglichkeiten schritt für schritt wie du dein unternehmen deine tätigkeit dein hobby dein beruf was auch immer in die sichtbarkeit bringen kannst verwende zum beispiel whatsapp business statt die standard private whatsapp files erstelle dir eine eigene homepage inklusive eigener domain und eigener e mail adresse trage dich im google unternehmens profil ein erstelle deine ersten druck sorten und auch offline werbemittel und erstelle dir eine ordentliche e mail signatur alles weitere kannst du im laufe der zeit starten und immer wieder in deine webseite integrieren setze deinen fokus auf jeden fall auf dein unternehmen arbeite am unternehmen nicht im unternehmen konzentriere dich vor allem auch auf effektivität und nicht das was andere in deiner branche machen vielleicht benötigst du gar keine 10.000 visitenkarten sondern nur 200 sehr edle visitenkarten oder du benötigst auch keine 5000 folder sondern nur 20 für die richtigen kunden oder du benötigst auch keine 350 blogbeiträge oder eine spitzen seiten dreieinhalb tausend blogbeiträge sondern nur die wichtigen und die richtigen für deine kunden für deine zielgruppe es reicht schon mal deine zukünftigen kunden anfangs über dich und deine produkte oder deine dienstleistung zu informieren unten soll ich erst mal finden und auch das wesentliche von dir sehen und ich dann auch natürlich erreichen können also welche social media plattformen sollst du verwenden alle die du magst alle die dir spaß machen und alle die du noch nicht kennst probiere auch mal neue plattformen aus ich habe für mich entdeckt mit snapchat kann ich gar nicht keine ahnung persönlich weiß ich nicht tik tok konnte ich lange nicht habe ich vor ein paar monaten gestartet und war total überrascht ja viele weitere infos zu diesen themen und anderen punkten rund um deine sichtbarkeit im internet in den nächsten folgen oder in den vergangenen einfach bei youtube in die videos reinschauen bzw im podcast einfach mal den podcast verlauf durchsehen viel spaß ich freue mich auf dein feedback und ich bin sehr gespannt auf deine tätigkeit auf deine dienstleistung was du magst und was du machen möchtest und wo deine reise hingehen soll danke für das abonnieren daumen hoch sternebewertungen und was auch immer bis zum nächsten mal ciao